Ich hab im Kopf nicht klar Wo seid ihr denn? Achso, ihr seid schon drin Ich warte die ganze Zeit, wo bleiben die? Oh, wer so was macht denn die ganze Zeit? Oh, das ist zu geil Der ist bestimmt besser in der Grafik Grafik? Rollercoaster hat sie das letzte Mal gespielt Ah Wenn ich alleine spiele, spiele ich immer Rollercoaster Guck mal, was ist das denn? Kaurummis Wie das hier hängende Hoden, ey Ach, das sind diese Schleim... ...zahm Ja, bei dem einen hängen die hier auf dem Boden Das sah echt so aus, ey Hä, echt? Da sind ja auch hängende Hoden Na, da hängen welche auf dem Boden Ja, da Also richtig im Boden drin Ach, krass Und dann droppen die überm Boden, sozusagen Das geht dir nur einmal in eine Runde Sorry, little fuck Your own fault for being full of goodies Leute übertrieben viel Gold Ich hab so'n Speedprint Print Print Sprint Perk Die sind auch cool, aber irgendwie hab ich den nie so richtig aktivieren können Ich glaub der aktiviert sich nach einer bestimmten Zeit erst Oder muss man dann... Hängt der bei dir auch in der Luft? Wer in der Luft? Der Sch... äh... Schleimbolzen 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 Wie geht's weiter, ne? Wir haben schon sechs Stück, wie geil Ja Die Eingangshalle war voll mit diesen Eiern Aber Höhlenlänge, ich glaube, dass... Es kann sein, dass wir die relativ schnell haben, aber die anderen tausend Jahre dauern Der passt auf, so ein Vieh ist hier wieder unterwegs, ne? So ein... So ein... Nektar Oh, sogar zwei! PTF Die sind voll eklig Hm Bismor Lecker Ne, welche runden Muschis, passt auf Runde Muschis Ich hab hier überall welche gespannt, ne? Hier vorne Mama Okay Ach, die ist schon fertig Boah, ist das dumm, ey, das ist so dumm gerade Ich will da So Da ist Gold an der Decke Ach du Scheiße Ja, das ist richtig tief drin Ach du Scheiße Ja, das ist richtig tief drin Äh, nein, guck mal, da drin sind irgendwie fünf von diesen Sandteilen Guck mal Nicht nur fünf Halt's jetzt diese drehenden Teile hier, sechs Stück oder so Alle da in dem Loch drin, also reingefallen oder so Krass So, was gibt's hier noch? Ja, hier unten hab ich das doch noch gesehen, ey Ich darf nicht gerade irgendwie... Was sind diese Scheißkuppel jetzt? Ich find das voll schade, dass Deep Rock echt so keiner spielt und auch keiner kennt eigentlich Weil die Spielerzahlen wachsen ultra langsam Das hat jetzt im Schnitt 5000 Spieler Und dabei ist es so genial Ganz unten in dem Loch drin, ne Da ist so eine Enderperle und so ein Schleimbeutel, aber ich kann das nicht da rausholen Weil das zu steil ist Ich hol mal Molly, oder? Mach das Just take your sweet time, old lady I've got all day I've got all day Loot bug looted Dann nehme ich diesen Schleimbeutel Dann geht's auch noch weiter, ne? Guck mal, da ganz unten Da sind zwei Sachen, aber Da brauchten wir dann irgendwie eine Zipline oder irgendwas Oder Plattform Ich mach das jetzt mal, weil ich auch Muss leider Munitionen und um Ziplines zu haben, ist das Problem Ah, ich bin da Ich hab's geschafft In der anderen Höhle Du musst mal auf der Karte gucken In der anderen In der Neben Guck mal Kevin In der Nebendings sind noch mehr Mhm Aber das können auch diese Schleimdinger sein, ne? Guck mal, wenn du von da oben Genau, und von da dann hier unten drunter War denn da sonst noch was? Ne, ne? Ne, nur diese Diese da Diese Schleimperle da Schleimbeutel Da ist die Oh, guck mal, da ist noch was Oh, jetzt ist das hier dieses dumme Vieh Ach, scheiße Ah, das kann ich auch Ah, da muss ich da hoch Scheiße, ne? Muss leider nochmal auf Munitionen, weil sonst weiß ich nicht, wie wir da reinkommen sollen Oh, fuck Was ist das denn? Oh, Alter Hast du den Arm gefunden? Den was? Also ich hab da einen rangemacht Ja Ich hör so ein komisches Ding Wektra ist direkt tot Ich brauch mal die Mo- die Dings hier Kannst du haben Man kann diesen Sack hin und her schubsen Ich schmeiß mal hier diesen Ball runter und dann Oh nein Die landen alle hier unten Oh guck mal was ist das denn Oh das sieht voll krass aus Was ist das denn? Ach das ist einfach nur ein Salzklotz Das hat voll geleuchtet Manchmal ist das voll komisch an Steht in die Mule da unten ne? Mhm Ich hör den letzten Fuß Ich hab grad noch einen runtergeschmissen Ihr müsstet drei da unten haben Also ich hab Ach der ist auf dem Vorsprung gelandet oder wie? Also einen hab ich eingesammelt Aber der reicht nicht Doch der muss da noch liegen Er zeigt's an Ja da sitzt Molly drauf Guck mal Ach so Ich hab mich auch schon die ganze Zeit gewundert Ich dachte mir Hä? Es waren doch drei Ist das jetzt eigentlich alles Die ganze Höhle gewesen? Irgendwo geht das hier weiter Ja Hab ich auch schon gesehen Dahinter sind Gegner Vor allem diese blöden Rollteile Ah wieder so ein ganz großer Ach fuck Scheiße Das war's Einfach ne Plattform durchgeschossen Sorry Ich glaub von hinten kommt was groß Ja Oh ne Kugel Ist das was ganz großes? Naja das ist hier nur so ein normaler blöder grüner Das sieht voll komisch aus ne? Oh sorry Ich hab noch ne Kugel gefunden Oh mein Gott Geländescanner Geländescanner? Was ist das? Für das Geheimnis Ach krass Der muss irgendwo oben sein Soll ich hier nochmal Munition anfordern oder? Ja ich würd sagen Okay ich hab Ja hab ich gemacht Nimm aber nur einmal ne Das geht jetzt hier nur links um die Ecke glaub ich und das war's Scheiße Scheiße Das ist Nitrat Warte mal Aber wie soll wir denn da hochkommen ey? Selbst für die Zip-Kleins ist das zu steil Hä wie seid denn ihr da? Hingekommen Bist du denn? Pass auf Pass auf Scheiße sorry Ich wollte F drücken und nicht G Verwöhner 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 Schnitzer Den hab ich ja auch Hab ich Den hab ich zum Beispiel noch nicht Ich versuch jetzt irgendwie dahin zu kommen Ich frag mich nur wie So Marley Ey wo geht der denn hin? Der ist verwirrt Achso Find ich jetzt hier richtig oder wie? Meint ihr wir haben schon alles? Hm Gute Frage Ich weiß nicht also ich sech Wir haben 100 pro irgendwas übersehen aber Ich mein es ist ja hier auch Hm Da da ist was ist das gelbe da? Das ist glaub ich noch so ein ein Ja Out of the way That's the out Achja stimmt jetzt müssen wir ja diesen Event machen Es kann aber sein dass ähm Bei so einer komplexen Höhle Das hier nicht direkt daneben landet Und das auch mal gehabt dass er sich voll sonst bring gebohrt hat Da unten Ja Wer hat das sowas an Oh was Was habt ihr denn da? Gold vergessen wa? Ich glaub es hackt Nitrat liegt ja auch noch Alles schon gesammelt So jetzt muss ich irgendwie hier wieder hochkommen Oh man Ich bin ja mal gespannt Ich bin ja mal gespannt Ich bin ja mal gespannt Die sind geil ne Aber ich weiß gar nicht Ich finde diese Impulsgranaten noch besser Diese Elektro Dinger Ja 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 ist das irgendwie voll eng hier Ja 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 Au Alter Ne Der hat mich irgendwie gegriffen Ja 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 Kann man den eigentlich heilen wenn man den streichelt? Ne Ne leider nicht Hab ich auch erst einmal gedacht Das wär cool wenn man an sowas könnte Pass auf Ja die hauen ja auch sofort ab wenn man auf die schießt Na ja Dann ist so unser Bereich zu schützen Das ist Voll mini Das ist eigentlich gar nicht Das ist gar nicht so schlecht eigentlich Ja Ja Von oben Ja klar, er war in dem Ding drin Ja, er verschwindet einfach Er schützt sich Oh, das kann sich immer verpissen So ätzend Oh sorry Mensch ey Frenzy Fire ist voll schwierig in so'n engen Scheiß hier Okay, ich bin jetzt wieder ins Heine Oh 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 Hard reaction spooling up Lighting Oh 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 Was ist eigentlich wenn wir drin stehen Oh 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 Bis zum nächsten Mal.